Wir sind wild, wir sind gut, wir sind heiß, wir sind cool, so Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Adventskalender Video Heute an diesem wunderschönen zweiten Advent, glaube ich, ne? Ja, bei mir ist heute Karfreitag und ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, nach Thüringen, zu meiner Familie Und ich bin ungelogen vor einer halben Stunde losgefahren und ich stehe jetzt schon im Stau Wegen einer Baustelle. Danke! Es ist jetzt 14.20 Uhr und wenn ich ab jetzt gut durchkommen sollte, bin ich circa 18 Uhr zu Hause Und dann bleibe ich bis Ostermontag bei meiner Family und dann fahre ich wieder nach Potsdam Was wir jetzt morgen und übermorgen machen, wissen wir noch nicht so richtig Wir haben mehrere Sachen zur Auswahl und was es am Ende wird, werden wir sehen Auf jeden Fall natürlich Osternester suchen, ne? Ist ja ganz klar Also dann, ich melde mich! You are now entering Fresh Dumbledore's Büro Fresh Dumbledore's Büro Eingang Komm rein, komm raus Mach dir nix aus Das ist Fresh Dumbledore's Büro Eingang Fresh Dumbledore's Büro Eingang Komm endlich rein, Mann Wir suchen jetzt unsere Osternester So, es gibt eine Regel, ne? Wie immer, ist ja klar, gehst du ins Spiel Erklär mal die Regel Jeder darf nur sein eigenes Körbchen Okay, aber also es ist ein Namensschilder drauf Nein, ist kein Name dabei Das war eine blöde Idee Meins ist so Und daran erkennst du das, genau Und jetzt geht's los Jetzt geht erst mal die Hasen Wir haben kleine Babyhasen, die können wir auch füttern Ach, sind die süß Ach, sind sie die klein Oh, Baby Hallo, Mama, guck mal hier Babys Oh, Baby Werner, die kommen doch raus Oh, sind die weich Nicht raus, nicht raus, nicht raus Jeder darf nur sein eigen finden Los geht die große Sucherei Hier, guck mal, ihr habt doch schon das perfekte Versteck habe ich doch schon gefunden Versuch was wir Wir werden schon ausgelacht Also wir suchen insgesamt drei Körbe Einen davon muss man hier schon mal finden Ich habe schon eins gesehen, da waren du auch Ich muss mal aber anders hingehen So schwer kann es ja eigentlich gar nicht sein Hier ist irgendwas Auch nicht Sag mal Oh, da Da ist einer Das ist aber nicht meiner Deswegen lassen wir ihn da Okay, okay, okay Einen habe ich Also einen habe ich auch schon gesehen Das gibt's nicht Gibt es nicht Hä? Das gibt's doch nicht Au, au, au Da Da ist einer Ach du Scheiße, da ist wirklich einer Ich sehe ihn Da Da ist einer Ich muss nur rausfinden, welcher es ist Also ich habe die Anweisungen bekommen Dass in meinem Korb nichts Saures drin ist Ich sehe jetzt nichts Saures Also vielleicht ist es meiner Es könnte meiner sein Ich weiß es halt nicht Das ist meine Das ist meine, das Safe 100 Ach du Scheiße, Alter Ich hoffe, das ist meine, Anna Ja, das ist dein Nein, der Mann hat sich nicht gefunden Ja, meins noch nicht Boah, wo ist denn der gewesen? Ja, guck doch mal Da oben drauf Jetzt fehlt immer noch meins So Anna, viel Spaß Ich habe deinen schon gesehen Ach tatsächlich, du hast schon alles gesehen noch Anna, ihren habe ich gesehen, ja Manu habe ich nicht gesehen Ich folge dir mal, gell? Es wird wärmer Ja, in Teilen wird es ja wärmer Das ist eigentlich schon ganz warm Ja, wobei, in, in Daugzock Daugzock Das hast du gesehen? Ja Von hier aus sieht man die Koalas Jetzt haben wir alle unsere Ostergeschenke gefunden Ah ja, toll Daugzock Daugzock Jetzt wird fett gegrillt Was? Der war voll verschimmelt So? So? Ja Femst du? Ja Ja Was ist denn das? Ein Salat Ein Schichtsalat Das ist ein Schichtsalat Das weiß ich nicht Mäus Das ist ein Schichtsalat Mäus Zwei Mäus So, es ist Montag Und ich fahre jetzt wieder nach Potsdam Gestern waren wir noch zusammen mit der Therme Das war auch sehr schön Überholvorgang Überholvorgang Ne, wir bremsen lieber ab Manchmal muss man auch einfach abbremsen Ja Manchmal muss man auch einfach einsehen Dass es viel zu knapp ist Jetzt noch zu überholen Ja Dann einfach mal abbremsen Das schadet niemandem Verstehen Sie? Man muss sich immer fragen Wollen Sie lieber schnell fahren Und vielleicht gar nicht ankommen Oder einfach langsam fahren Und ankommen Wie eilig haben Sie es wirklich? Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen zweiten Event Wir sehen uns morgen wieder San Francisco